hallo liebe leute ich hoffe euch geht es gut und ihr seid alle bereit für eine challenge eine challenge mit mir die ist eigentlich ganz einfach ich mache es ein bisschen vor und rede ein bisschen was dazu und ihr macht es dann alles nach wir machen eine minute ganz normale sit-ups gerade nach einer minute ohne pause zu machen geht es in die diagonale auch wieder 60 sekunden eine minute lang und die dritte minute wechseln wir immer mal gerade diagonal wieder gerade andere richtung das ganze macht ihr so dass ihr spannung in eurem bauch habt dass ihr nicht ins holkreuz kommt also schön sauber machen immer nach oben oberkörper geben ausatmen und beim senken wieder einatmen drei minuten lang schafft sie ja locker dann dreht sich mal auf eine seite geht sie in diese zeitplanke oder seitstürz und hält ihr 30 sekunden nach 30 sekunden geht es in diese normale planke 30 sekunden wechseln andere richtung und enden wir wieder in der ganz normalen planke 30 sekunden auch wenn wir dran denken bauch ist fest rumpf ist fest po backen zusammenzücken so es schafft ihr locker das weiß ich ihr könnt euch und ihr könnt uns gerne mal ein foto oder ein kleines video vor euch schicken als beweis und sonst nicht lange überlegen wir machen uns bereit und starten ich darf nur ein kurzes video schicken deswegen war hier nun ganz kurz noch mal mit aber ihr hält das durch eine minute gerade eine diagonal eine minute im wechsel seitstürz blanke seitstürz blanke super ich wünsche euch viel spaß und wir starten die erste minute läuft auf geht's